Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Battlefield 1 mit Lukas. Hallo. Ja, und ich spiele auch mit. Ja, und Max. Ja. Erste Hilfe, nimm schon! Erste Hilfe, nimm schon! Wir spielen auf Lukas Lieblingsmap. Nicht wahr? Ja. Was hast du eigentlich gegen den Wald? Ich finde den gar nicht so schlecht. Er ist einfach scheiße. Nein. Die besten Begründungen fangen immer so an. Es ist einfach so. Du kannst nichts dafür. Es liegt an mir. So fangen immer die besten Begründungen an. Ja. Ja. Ich hasse das, wenn Leute hier brennen und diese Schreie. Das finde ich richtig schlimm. Ja, ich brenne auch gerade. Ja, ich brenne auch gerade. Tja, erst der Hilfe! Feuer, verdammt! Du bist verletzt, jetzt nehmen wir davon! Oh, im Gottes Willen. Ja. Hier kannst du einfach reinschießen. Das trifft nicht den Falschen. Und da steht der Hellriegelmann vor mir. Lass mich deine Wunden versorgen! Ich hab noch einen mit in Tod gerissen, jawoll! Panzerabwehrgranade, alles klar. Komm schon. Ich kann nicht beitreten. Na. Alles klar, muss ich von D starten. Als was spielst du? Ich habe es jetzt als Infantast gespielt. Aber ich lasse halt immer meine Zeit ablaufen. Weil ich noch hoffe, vielleicht kommt ja einer, der mich heilt, weißt du. Kronoli! Für dich, Kamerad. Erste Hilfe! Max, helf mir. Ja, ich komme. Du bist verletzt, ich seh mir das an. Hallo, Ibims, der Medik. Was ist denn hier los? Was machen die denn? Alter! What the fuck! Da stehen einfach mal... Fünf bis zehn Leute. Mitten im Flammenwerfer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte da so zwei, drei vielleicht, aber... Das sind eindeutig zu viel gewesen. Nehmann, erste Hilfe! Danke! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Wo sind wir denn hier? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich sollte mich nicht mit denen anlegen. Ich helfe dir! Ich helfe dir! Hier, erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Nimm's schon! Was stehst denn du hier? War das so auf dem Zug oder weh? Ja, ich habe nämlich gerade zwei Panzerbüchsenbomben geschmissen. Panzerbüchsenbomben? Da habe ich ein bisschen Bananen, Achtung! Ich helfe dir! Ja! Jawoll! Warte! Ich komme gleich! Ich komme gleich! Von hinten! Von hinten! Lass mich deine Wunden versorgen! Oh, ich muss noch kurz hier hinter gehen! Erste Hilfe! Nimm's schon! Der Hellriegel! Da steht ein Hellriegelmann! Da steht ein Hellriegelmann! Da steht ein Hellriegelmann! Und noch ein Mann! Und noch ein Mann! Oh, shit! Hat er mich gehabt! Maxi, er rette dich! Ja! Warte, da kommen sie aber jetzt raus, wir strotz! Hier! Erste Hilfe für dich! Alles klar! 100 Leute! Versorg deine Wunden! Ich finde, dieser Bayonettangriff ist nochmal ein guter Kamikaze-Angriff. Also, da kannst du, wenn du eh schon halb tot bist, in so eine feindliche Gruppe reinlaufen. Du weißt, du wirst erschossen, aber mit dem Bayonettangriff bringst du garantiert noch jemanden um. Echt? Wir verlieren Einsatzziel Cäsar! Also, wenn... Bis jetzt habe ich noch nicht einen mit einem Bayonettangruf getötet. Irgendwie ständig! Ach, schon wieder Automatiko, Mensch. Ja, die Automatiko ist schon ganz schön geil, nicht? Hier! Erste Hilfe! Danke! In der Nähe deiner Position ist ein Flankwitzen-Kit verfügbar. Das ist eine Leuchtigkeit! So! Oh mein Gott! Ja, da wurde ich erstochen. Vom Beduindolch. Es gibt offenbar einen Medic in unserem Squad, der besser ist als ihr. Ja, Joel. 1, 2, 1. Ja, so geht's nicht. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Oh Gott, hier macht er in der Flamme. Ah! Das ist einer von uns, das ist ja super. Er ist Hilfe! Nimm's schon! Fack, Brandgranate! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Er war ja doch ein Fremder! Ey, das ist einer von uns! Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Wir haben wohl die Stuhl zu mir! Erobert das Ziel! Wo bist du, du? Ich bin gerade gestorben und bin jetzt endlich respawnt. Wir wollen heute mal B angreifen. Jetzt laufen da auch alle hin. Lassen die Flanke frei und dann... Aber ich bin tot! ...nehmen sie uns hinterm Rücken wieder. What the fuck? Goose! 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 Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich war absolut verwirrt! Ich hab grad echt die Orientierung verloren! Shit! Oh, ey, sind das aber Leuchten! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Nein! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Wir haben einen Schuss oder was! Alles klar! Ich sehe da drin ja gehen! Ich auch nicht! Explodiert einfach alles! Und... Da sitzen aber vier Leute mindestens hier! Sehe ich gerade schon! Wir sollten vielleicht von hinten kommen! Von C ist ja noch so ein kleiner Durchgang! Danke! C sind zwei Leute! Einen konnte ich abknallen! Verteidigt das Ziel! Boah! Auf die Entfernung mit einer Schrotflinte oder was? Ist ja wohl ein Witz! Ist ja wohl ein Skandal! Ne, also... Vor allem mit zwei Schüssen! Da fand ich mal die Entfernung doch ein bisschen groß! War mal da gegen die Einzelnen? aan, schau auf! ahem! FIFA 2 Ja! Tu bist verletzt! Ich kann dir helfen! Hier, man! Erste Hilfe! Was! Hier, man, Erste Hilfe! Ich komm halt mal zurück zurück. Fuck. Die Granate kam zurück. Für dich Kamerad. Erste Hilfe. Erste Hilfe. Ich hoffe das Zeug nützt was. Ich flick dich zusammen. Nice. Irgendjemand hab ich getötet. Aber ich glaub das war nur ein Support von denen. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Wir haben Einsatzziele. Soll ich deine Wunden versorgen? Hier. Erste Hilfe für dich. Soll ich deine Wunden versorgen? Ich hab hier jetzt mal bisschen aufgeräumt. Ja. Ich zieh mir die Wunde an. Und nehme jetzt ein. Ich bin angeschön. Ich bin angeschön. Aber ich wurde tot gemacht. Ich bin angeschön. 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 gerade im Lademenü. Weil ich gerade wieder tot gemacht wurde. Ich bin ständig tot hier. Ich bin siebenmal auf dieser Map. Bei diesem Map scheiße. Ich bin angeschön. Du bist verletzt. Und da truieren ist da ein Töter. Hä, wo ist denn der jetzt? Noooo. Aaaaah. Bist du was bern kann er hat, das fühlst dich nur ganz langsam auf. Ich muss mal aufpassen. Wie die füllen sich auf? Bei mir füllt sich überhaupt nichts auf. Bei mir ist das neben so ein Kreis und wenn ich dann neben so einer Munitionsbüste stehe, dann geht der ganz langsam voll und dann habe ich wieder eine Kanade. Okay. Braucht jemand erste Hilfe? Mir vorne geht ja richtig was los, wa? Ja. Wo stehen die denn? Hellriegel, Mensch. Ich hasse. Hellriegel und Automatiko sind echt die schlimmsten im ganzen Spiel. Entschuldigung, ich habe auch eine Automatiko. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe! Erste Hilfe, nimm schon! Dummes Schwein. Erste Hilfe, nimm schon! Oh, von vor, von hinten, oh Gott. Komm schon! Du bist verletzt, ich kann dir helfen! Ich habe wieder zu viele Tasten auf einmal gedrückt gerade eben. So geht es mir oft, um ehrlich zu sein. Ich drücke dann nachher irgendwelche Tasten, weil ich völlig durcheinander bin. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Ich fliege dich zusammen. Hier! Erste Hilfe! So. Machen wir mal B. Verteilst das Ziel bis zum letzten Mann! Oh, machen wir mal A. Das Ziel dort erobert. Feuer auf! Damit kommst du auf die Beine! Irr Mann, erste Hilfe! Ich bin schon wieder tot. Ja, Mann, erste Hilfe. Ich flicke dich zusammen. Alter, mit was feuern die denn hier rein? Mit der Panzerbüchse oder was? Moment. Ja, mit der Panzerbüchse. Wie die Bekloppten. Wir haben David verloren. E auch. Ich geh mal zu E. Ja. Ein feindlicher Panzerzug ist unterwegs. Ein feindlicher Sanitäter. Wir haben Einsatzziel Berger. Hier. Erste Hilfe für dich. Erste Hilfe. Nimm schon. Ziel hier mehr gesichtet. Wir haben Einsatzziel Zähler verloren. Hier. Erste Hilfe. Nice. So. Das Ziel dort erobert. Auf zu David. Ich geh mal mit. Hier. Erste Hilfe. Danke. Ein feindlicher Panzerzug ist eingetroffen. Gott, sag ich lieber im Bunker. Das bringt nichts. Oder? Hier. Erste Hilfe. Danke. Hier. Erste Hilfe für dich. Danke. Das ist ja gegen es mir, glaube ich, gestern früh. Damit ich mit einem tauben Arm aufgewacht habe. Ja, so geht man das immer, wenn ich auf meinem Arm schlafe, sozusagen. Den habe ich mir abgeklemmt während des Schlafens. War echt komisch. Ich wollte mein Handy nehmen und dann ging aber mein rechter Arm einfach nicht zu bewegen. Dann musste ich mit meinem linken Arm meinen rechten Arm bewegen. Das hat mir dann zwar auch nichts gebracht. Ach, von da hinten, oder was? Kommt schon, Medics. Hä? Hier. Erste Hilfe. Wie viele da einfach sind. Du bist verletzt. Ich sehe mir das an. Hier. Erste Hilfe. Hier. Erste Hilfe. Oh shit, jetzt kommt der scheiß Panzerzug. Damit kommt ich auf die Beine. Aufpassen, Granate raus! B. Himmert getroffen. 11 Schaden habe ich gemacht mit der Handgranate. Oi. Ja. Wo ist denn der Zug? Bei D. Genau davor. Wieso kann ich keine Truppbefehle erteilen? Doch jetzt. Was? Wir müssen das Ziel erobern! Wir haben Einsatzzielwerte. Feindlicher Sturmsoldat! Seid vorsichtig! Der Einsatz ist in Allwand verloren. Nicht gleich! Nicht gleich! Glockenze! 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 Wir haben Einsatzzielwerte! Da sind Sturmsoldaten! Alles Glockenze! 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 Ja, mit der Hellriegel auf die Entfernung oder was? Das finde ich manchmal echt lächerlich Alter Hab ich gerade richtig abgesahnt Drei Kills gemacht Das gibt's doch nicht Boah, wie schlecht bin ich denn jetzt gerade? Ich komme gerade mit der Stimmung Ich habe gerade ewig gesucht Wo hier die Steuerung ist Ach, jetzt kommen sie hier auch alle Alter, die kommen aus allen Richtungen Ich sinke immer tiefer Wir haben Einsatzziel Emil verloren Wir haben Einsatzziel Bertha verloren Wir müssen das Ziel erobern Wir sind verletzt Ich kann Das ist echt Ich wäre feierlich, wie ich spiele Oh, guck mal Der Gegner holt auf Der Gegner holt auf Was mache ich denn? Warum drücke ich den F und nicht G, Mann? Ich zieh mir die Wunde an Hier, erste Hilfe Ich zieh mir die Wunde an Hier, erste Hilfe Erste Hilfe, nimm's schon Ich glaube Max, hilf mir, mach Hast du was bekommen, ja Alter, das wird richtig knapp Das schaffen wir nicht mehr Wir müssen unbedingt hier die Stellung halten, Max Das ist der entscheidende Jetzt stürmen sie hier rein Jetzt stürmen sie hier alle rein Erste Hilfe Ich hoffe, das Zeug nützt was Fuck Ja Alter, ich will nicht wissen, zu wie viel Sieben Punkte Unterschied, äh Puh Dit war knep Knäppjes Ich bin aufgestiegen immer noch, aber sonst hätte ich mich nicht mit Ruhm bekleckert hier Nee Mach doch Reanimation, eigentlich Auch das meiste Naja Trotzdem ist hier der Jul Der beste Medic aus unserem Team Ach, du bist aber Ich brauche jetzt trotzdem Reanimation Naja, liebe Freunde Vielen Dank fürs Zusehen Wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss 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 Tschüss